Hey Leute und herzlich willkommen mal wieder zu jQuery. Heute geht es um die .not Funktion. Das hört sich irgendwie witzig an, deswegen habe ich so genannt. Eigentlich meint man natürlich einfach eine Funktion, die .not heißt. So, und das ist wirklich eine relativ coole Funktion. Ich wurde auch darum gebeten, dass ich darüber einfach ein Video machen soll. Das heißt, ihr seht, wir sind jetzt eigentlich mit jQuery soweit durch, zumindest mit dem Standard jQuery, aber es geht natürlich noch weiter. Wir haben noch jQuery Mobile, jQuery was weiß ich was alles, UI gibt es, irgendwelche Sachen und so weiter und so fort. Mal schauen, ob ich dazu was mache oder ob ich andere Sachen zuerst vorziehe, das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall, wenn ihr natürlich irgendwelche Video Wünsche habt, speziell zu irgendwelchen Funktionen, zu jQuery oder sowas, dann schreibt mir einfach. Und es gibt auch auf der Webseite unter dem Bereich Community immer einen kleinen Platz, wo ihr immer irgendwelche Wünsche oder sowas äußern könnt. So, und natürlich im Forum sowieso und keine Ahnung, ja. Ja, okay, also was wir jetzt machen wollen, ist folgendes. Wir wollen die .not-Funktion uns angucken und dazu mache ich erstmal diesen Div hier, beziehungsweise den Inhalt ein bisschen anders und lösche das einfach mal. Ja, genau. Wir machen hier eine Liste rein und zwar eine Unordered List. So, und hier rein machen wir einige Listen-Elemente. Ich kopiere mir das jetzt einfach mal hier. Und, ja, so, okay. Und was wir jetzt hier reinpacken, ist eigentlich relativ Wurst, deswegen schreibe ich hier Wurst rein. Egal. Und dann habe ich irgendwie gerade Hunger. Schinken. So, äh, die Vegetarier unter euch werden mich jetzt gleich lünchen. Ähm, deswegen machen wir hier noch eine Gurke rein. Okay, gut, Gurke schreibt mal nur mit einem E, das ist die Lektion, die wir hier lernen wollten. Nein, natürlich nicht. Wir wollen hier jetzt aber einem einzigen, ähm, wollen wir noch irgendwas geben und zwar dem egal, dass das nämlich nichts Essbares ist. Deswegen sagen wir hier einfach mal, wir haben eine ID und die nennen wir nicht Div1, sondern wir wollen sie, ähm, ähm, nicht Essbares nennen oder so. Gut, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben uns im Prinzip eine Liste kreiert, die sieht relativ langweilig aus. Ich aktualisiere das gerade mal. Aber hier sehen wir, ähm, ja, dass wir eigentlich nicht wirklich was Spannendes hier drin haben. Dieser Paragraph 2 hier unten ist aus dem früheren Tutorial, müsst euch eigentlich nicht interessieren. Ähm, so, und was wir jetzt hier haben, ist einfach eine Liste. Und was wir mit dieser Liste machen, ist irgendwie was ziemlich Witziges. Und zwar sagen wir hier unten einfach mal, ich mache hier mal ein Skript rein. Skript. Und mir fällt gerade auf, dass wir hier überhaupt noch nicht angefangen haben, irgendwie mit, äh, jQuery in diesem Teil hier rumzuarbeiten. Das ist eigentlich aus den JavaScript-Videos noch, aber ist eigentlich egal. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Vorlage hier, ähm, hier mal kurz die, äh, Einbindung über die Google API. Und, ähm, dann sagen wir hier, okay, ähm, wir haben ein Skript, ist ein JavaScript. So, was wir jetzt hier rein machen, ist mal wieder ganz normal. Erstmal sagen wir, wir wollen mit diesem Not was selektieren. Und zwar, wir wollen alle Elemente der Liste selektieren, außer diesem einen Element hier. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Wir können somit alles selektieren, außer diesem einen. Dazu ist dieses Punkt Not eigentlich da. Das heißt, wir sagen, wir wollen alles selektieren, was, ähm, den, ja, was mit dem Tag li kreiert wurde. Das heißt, jedes einzelne Listen-Element hier. Und dann können wir auch durchloopen mit unserer each-Schleife zum Beispiel. Und dann sagen wir aber, so, und jetzt wollen wir alles, was nicht, ähm, genau dieses Ding hier hat. Also, unsere ID nicht essbar. Also sagen wir hier, Hashtag nicht essbar. So, also selektieren wir alles, außer diesem einen Element. Wir schmeißen es quasi danach wieder raus. Das heißt, ihr seht, wir haben hier diese Funktion hinterher genommen. Was bedeutet, wir haben hier mit dem Dollar von li schon alles selektiert. Und mit dem Notch schmeißen wir aus dieser, ups, mit dem, mit dem Notch schmeißen wir aus der Selektion wieder genau ein Element raus. So, und danach können wir wieder hergehen und sagen, äh, keine Ahnung, wir wollen zum Beispiel irgendwas ändern. Äh, zum Beispiel die Farbe auf Rot setzen oder sowas. Color, äh, auf Red, keine Ahnung, irgendwas, was wir halt hier mit dem Dings machen wollen. Das heißt, wir machen jetzt einfach folgendes hier. Ähm, ja, wir aktualisieren die Seite und sehen, plötzlich ist alles rot, außer unserem Egal hier unten. Wir brauchen hier unten nicht mal ein Dollar Document Ready Function, weil die natürlich, äh, das Skript hier wird als letztes geladen. Sprich, ähm, das alles ist schon da, also ist natürlich auch der Rest von dem Document fertig geladen. Deswegen brauchte ich das hier gerade nicht. Aber, ja, mit diesem Notch können wir eben genau ein Element oder beliebige Elemente, wir können auch einfach eine komplette Klasse hier außen vor lassen. All das ist möglich, ähm, aber es ist sogar noch mehr möglich. Und das will ich euch auch noch zeigen. Und zwar können wir mit dem Notch nicht nur einfach per Tag oder per Klasse oder per ID ausschließen, also so wie wir es mit einem Selector machen würden. Das geht natürlich, haben wir gerade hier gemacht. Aber man kann sogar noch mehr machen. Wir können auch, wenn wir ein Element in der Hand schon haben, das heißt, wenn wir irgendwie hier oben sagen, wir haben eine Variable, ähm, also war mein Element. Und das haben wir, keine Ahnung, irgendwo herbekommen, vielleicht auch über eine andere Funktion, irgendwo komplett anders her. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel mit Document Punkt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, also wo ihr das Element herbekommt, kann extrem umständlich sein. Vielleicht ist das auch von einer anderen Seite oder sowas an euch geliefert worden. Ähm, aber in unserem Fall machen wir das jetzt einfach mal hier, ähm, mit dem Get by ID. So, und jetzt holen wir uns sozusagen ein Element hier rein. Und dieses Element wollen wir aus unserer Selektion rausschmeißen. Das geht genauso, das heißt, wir sagen hier, mein Element wird aus der Selektion von diesen allen Listen-Elementen wird rausgeschmissen. Das heißt, im Endeffekt haben wir, ähm, alle vier erstmal ausgewählt. Und dann haben wir von irgendwo anders her dieses Element hier mit dem Nicht-Essbar, also wirklich, das muss nicht über Get Element by ID oder sowas gemacht sein, sondern es kann irgendwas sehr, sehr kompliziertes gewesen sein. Und dann sagen wir, okay, dieses eine Element hier, das wollen wir jetzt rausschmeißen, weil das hat schon die richtige, ähm, Textfarbe oder was auch immer hier verändert wird. Und von allen anderen wollen wir dieses Element, äh, wollen wir eben dieses Attribut hier ändern. Also, das kann natürlich auch eine Animation sein oder sowas, das sind alles nur Beispiele. Und das sieht dann im Prinzip genau gleich aus, logischerweise, weil wir das Element hier schon vorher haben und genau dasselbe machen. Aber wenn ich jetzt natürlich die ID woanders hinsetze, dann sieht es natürlich genau anders aus. Also, zum Beispiel, ähm, so könnte man natürlich auch Sachen machen. Klar, okay, also ziemlich coole Sachen. Ähm, wir können nicht nur mit hier den normalen jQuery-Selektoren arbeiten, sondern auch tatsächlich Elemente reinschmeißen und die aus der Liste rausholen oder eben entfernen. Genau, also soviel zum Thema, ähm, Not-Funktion, sehr, sehr praktische Funktion. Und ja, wenn ihr natürlich noch Fragen habt, dann schreibt mir wie immer Kommentare oder auf der Website oder, äh, keine Ahnung, euch fällt was ein. Normalerweise schafft ihr das immer. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.